Ruhm, tschak! So, Deadly! Ich kann meinen Multiplayer ausspielen. So, weiter geht's. Ich bin nochmal orientiert, wo geht's genau? Bin genau, ich bin hier. Ich glaube, ich darf nicht fahren. Rock solid, haha. Ne. Dankeschön! Schlägerei! Genau, ich mach den hier. No sneakers. Ist auch noch ein Dresscode hier. Der hat auch einen Scheunen in der Fresse. Wo wird sich das? Was ist mein? Was? Ach, warte mal stimmt. Ich muss ja erstmal auf der anderen Seite das hier irgendwie aufmachen. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher genau wie ich glaube. Ich muss... Ne, auch nicht. Krieg ich ihn jetzt nochmal auf? Was wird das denn gleich hier oben machen? Muss ich nochmal drauf? Ich weiß es echt nicht mehr. Der ist doch schon ein bisschen zu... Er ist jetzt nicht mehr gestritten. Ah doch, okay. Warte? Ja. So. Jetzt kommt der Zugass auf. Nein. Zorn! Genau. Zack, 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 zack. Jetzt wollen die armen kleinen Viecher hier verboten. gut, gut! Ja, gut. DOROKA! DOROKA! Domi, du sagst zu wenig! Amüsiert! Ob dieser Zwischensequenz! Oh Gott! DOROKA! 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 Hey Maestro! Denkst du nicht, dass das ein bisschen zu dramatisch ist? Könntest du dir etwas mit ein bisschen mehr B? Ja! Tschüss! Jetzt hätten wir in der Nisha den Typen auch sagen können, ne? Ich freue mich echt, wieso diese Spliff 16 vorgegeben ist. Ich meine, ab 18 gibt's ja, glaube ich, bei Nintendo überhaupt nicht, ne? Ich glaube, Nintendo spielen dürfen nicht licensiert werden, aber ab 16, das ist wirklich, äh... Grenzwertig! Ja, für mich schon. Kommt ihr jetzt? Das muss ich jetzt nochmal machen. Muss ich die jetzt alle killen? Ich weiß nicht. Nee, das muss ich doch dann erst machen, glaube ich. Ah, ne. Warte. Warte. Genau. Ah. Ach ja, das ist das! Schleiflein! So, was ich jetzt mache? So, okay. Also, wir machen jetzt schon mal hoch. So, jetzt ist... Wir müssen nämlich jemanden opfern. Geben jetzt nochmal auf. Oh, das ist ein bisschen zu da reinzuspringen. Äh, das ist hier, ja. Kann ich nicht schocken. Nein, kann ich nicht. Okay. So. Wir kriegen gleich einen in den Sidekick. Was ist denn jetzt eigentlich für Männern? Ähm, das ist jetzt Kirsche. Okay. Lauter Frauen. Also, nicht allgemein Frauen, sondern unsere Frau. Achso. Ja. Jetzt bin ich jetzt hier nicht... ...befeinden. Brüten! Haha. Na komm, der ist fluschig weich, der Konke. Oh! 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 Ah! Ah! Here it come! Whatever it is! Ah! Ah! Jesus! Hello! Oh! Hello! Bloopy! Hey! Oh! Na, komm dann! Mama! No. Oh! 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 Hey! Mamaä! Mamaä! Hi! Mamaä! Ja, das ist gut, ich bin deine Mutter. Komm, folge mich. Gut, Jermaine. Komm, Mama, Mama. Komm, bin ich weg. Manche mögen ja vielleicht ein bisschen geschockt sein, dass wir ihn jetzt leider töten müssen, aber... Frisch ausgebrüht. ...weil ich so an oder so. Oh ja. Das Sache mal. Komm mit her. Hallo. Hallo. Musst du mit ihm erst interagieren oder so? Nee. Ja, gut. Ich habe deine Mama gehört, gehauen. Der Schnellste ist er echt nicht. Ja. Ich denke, ich hau. Ja. Ich glaube hier ist mal die Winschel gefexte Herd. Schau mal die vielen Wolken an die da rauskommen. Da sind wieder so ein Dicksmolken. Vom Stapfen. Ja komm 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 komm. Ja hier ist deine Mama. Pipi. Boah wie ein Schwein hängen. Komm. Gleich anders. Eine noch. Ist da schon die Tür. Oh ist der Schuss. Wie so ein Hund der beißt. Okay komm 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 komm. Komm jetzt bist du schick auch. Pipi. Ich fähig mit dein Schnauze. Hello. Sehr. Wer wirst du? Blooppy. Blooppy. So. Baiko. Geist auch das. Hallo. Hallo. Oh. Ja, da muss ich drücken. Ah, jetzt schon wieder. Ja, dann können wir doch schnell, dann machen wir mal eine Unterbrechung. Na komm, her. Zwei Jahre, jetzt gehe ich da schon aus dem Krankenhaus. Oh, bist du ehrlich? Oh, bist du ehrlich? Baiko! Come on, good way! Hallo! Hallo! Baiko! Traut er sich da jetzt nicht runter, oder was? Oh, meine Hähnchen! Good way! Beep, beep, beep! Yeah! Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.